Hey, ich wünsche euch willkommen zurück zu Hellblade 2 und wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Dorf. Ein wunderschöner Ort. Ich muss nochmal zurück, sofern ich das kann. Vielleicht ist doch ein Gesicht hier irgendwo. Oh, da können wir nicht hergehen. Wir wollen da nicht hergehen. Okay. Oh, auch mal getestet. Alles gut. Dann bleiben wir halt hier. Jetzt haben wir noch eine weitere Stimme im Kopf, ey. Trees. Oh, something called us here. Something called us here. Something special. See. This place is different. What is it? You see, see. They have a message for you. Can we die here? Gibt es denn hier irgendwo ein Gesicht? Bestimmt hier irgendwo. Can you see it? So still. Hopeful. Feel it. Diesen wunderschönen Ort bekommen wir als Belohnung? Wo sind denn die zwei Kollegahs jetzt hin? Oder habe ich mir die auch nur eingebildet die ganze Zeit? Da oben ist wieder ein Wegvisier. Aber ich sehe kein Gesicht hier irgendwo. Ich stehe noch ein Gesicht hier verstecken müssen. Ich sehe jedenfalls keins. Aber es ist wunderschön hier. Und da hinten müssen wir hin. Da scheint ein Dorf zu sein. Oder so. Mal sehen. Hätte ich da was machen können an dem... an dem Teil? Nee. Okay. Es ist wirklich wunderschön hier. Und es sieht alles so echt aus. Wollen wir da hoch? Stört mich irgendwie, dass man da nicht überlegen kann. Und es ist auch nicht mehr, dass man da nicht mehr kann. Flog gerade ein Viech rum. Eine Mücke oder so. Okay. Ein Wasserfall. Da kommen wir auf jeden Fall runter oder hoch? Da ist so markiert. Kommen wir da irgendwo hin? Aha. Das war immer so. Ist cool, wie sie sich die Hand so weghält, äh, weil er fast Licht hält, weil es so schön ist, das Licht, die Wärme. Man kann die Wärme regelrecht spüren. Ach, guck mal, da oben ist auch so ein Talisman. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Hier ist ein Weg. Ein weiterer Wasserfall. Vielleicht ist da noch ein Gesicht da irgendwo hier. Schade, können wir nicht rein. Aber ich muss schon sagen, ist eigentlich schon einfach nur ein sehr schöner Walking Simulator, so unterm Strich. Klar, es sind die Kämpfe. Aber es ist ein bisschen ein Knöpfchen drücken zum Ausweichen, zum Angreifen und so. Es ist ein interaktiver Film. Es ist ein schöner interaktiver Film. Aber das Gameplay kommt halt echt so ein bisschen zu kurz. Wobei ich sagen muss, für meinen Geschmack ist das genau richtig. Also, ich finde es eigentlich gut so. Ich lasse mich gerne so unterhalten. Wahnsinn. Stell dir mal vor, es wäre so Open World hier. Oh-oh. Okay. Also, es wäre eine Ist es? Ich weiß, dass es schwer zu glauben ist, aber Sie müssen hören. Diese Frau hier, Senua... Sie weiß, wie die Geist. Wir haben... Wir haben... Wir haben gesehen. Sie müssen uns glauben. Sie müssen uns glauben. Sie werden sie glauben. Sie werden Sie glauben. Es ist nicht möglich, dass sie nicht geholfen werden können. Wir haben auch gedacht, aber wir sehen es. Wir sehen es, Austrin. Wir haben einen Weg nach Borkar-Wirkenau, um den Kode zu erzählen. Um ihn zu verstehen, dass wir... wir können zurückgehen. Er sagt die Wahrheit. Ich habe keine Frage. Schau mal, oder ich werde sie durch. Sie ist besonders wichtig. Ich weiß, dass Sie keine Verpflichtung für die Björk haben. Aber Sie können mich nicht glauben. Sie können? Das ist der Punkt, Austrin. Wir können uns wieder anfangen. Unde sie sind? Sie müssen auch hineinzuhigernos auf denkten. Sie müssen auch nach BarkarOOflen? Ja. Wenn sie.. Wir sind! Wir sind. Sie wissen, Sie schauen. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind, Sie sind. Wir sind. Sie sagen, es ist wahr. Sie ist entschuldig. Sie können Sie sprechen. Sie wollen Sie glauben. 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 Es ist wahr. Sie wird uns glauben. Sie wissen. Sie können Sie sehen, dass wir Hoffnung haben. Wir haben auch. Okay. Probe es, dann. Es gibt ein Geist. Hier, ein Geist. Ein Geist. Sie riemen auf die Bühne und schenken, um uns aus dem Meer zu entfernen. Und wir sind nah an zu weg. Wir können Sie helfen. Wir können Sie helfen. Wir können Sie helfen. Wir müssen Sie nach Borgheim. Bitte. Es gibt andere Menschen. Wir müssen sie weg. Ich kann nicht mehr Menschen sterben. Wir müssen sie weg. Wir müssen sie weg. Wir müssen sie weg. Wir müssen sie weg. Wir haben sie weg. Aber es gibt eine ganze Lande. Wir haben keine Elbe. Wir müssen die praktisch machen. Und ich will Sie weg. Unfortunately, ist es eine Reihe. Olivia, die sind sie weg. Wir müssen sie weg. Genau. Und wir 이걸 wegkehrenρώiten. Wir müssen sie zu Musicalen. Wir müssen sie wegherren viktigt. Sie müssen ein Mama geschüttert. Wir müssen ihn verstehen. Aber das... Nein! Wir müssen sieもетаenraten. Wir müssen sie weg. Wir brauchen sie. Werden sie selber lieben. Da bin ich ja mal gespannt. All her life, she had been alone, no, not alone, not quite alone. But in this loneliest place, she has found others, lost in darkness, just like she was. Others who might look to her to lead them into the light. Can her shoulders bear this burden? She so learned to keep her guard up, can she ever let it down? You are an outlander. Why are you here? Kev. I came as a slave. Can you trust him? Taken by the Björk? Yes. You were taken by the Björk, and yet you come here with Thorgester. He wants to stop the Giants too. We want the same thing now, to stop the Giants. She doesn't trust him. Be careful, Senua. The Björk can't be trusted. They demand food from us, and if we don't give it, they take us as sacrifice. Oh. Oh. Do you understand? Ne, ich guck mir die Landschaft an. Haha. She knows what it's like to lose people. Just like you. Just like us. Senua. You can help her. You can. She wants to help. But can she? To our hematrandor. das ist doch eins ja nicht da oh in the heart of the Northlands they know the storms are born of the Oshkoreidi the hunt of Odin the huntsmen ride horses with eyes of fire their weapons clash like thunder and it is best to hide inside let your spirit be called to join them hier Donalds auch vorsicht scharfe Felsen ich höre Möwen das ist einfach alles so beeindruckend ey Wahnsinn aber wir gehen ja auch Richtung Meer oh oh muss man nach Gesichtern gucken der Riese darf mich nicht ablenken ich glaube jetzt kommt nichts mehr krass wie das Wetter auch beschwingt kann den Regen fast spüren auf der Haut Schalvaresen the sea giant do you see where is he he brings the storms with him cry is born on the storm where is he we haven't seen the sun in weeks with winter upon us the storms will only get worse they are running out of time it's too late they will die all of them come Bartowik's just over there follow her he is calling to us he knows we are here my brothers used to come here to practice fighting sneak out follow them she's a fighter like you learning by watching laugh they're dead now I'm all that's left I'm all that's left she is alone like you alone in the world who do you have no one now we are in the Stimmen wieder negativ we are here we are always here this is the schönste Landschaft bisher die ich so sehen durfte what about your family it's just me left don't tell her anything what happened to them don't tell her you can't tell her so no I can't trust her she might understand she won't no one will understand no one knows what it's like to be you don't tell her about your mother she will turn from you turn from us turn away they always do you Was für deine Mutter? Meine Mutter war ein Krieg. Sie hat nie gegeben. Ein Krieg wie sie. Nicht nur am Ende. So stark. Sie ist nicht gegeben. Mein Vater. Mein Vater versucht sie zu retten. Sie hat nicht zu tun. Ich erinnere sie. Ich erinnere sie alle. Sie liebte sie. Sie hat sie verloren. Was ist da oben? Was ist hier? 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 点 Sie sollte weitermachen für ihren Freund. Da ist so, die zerschelten Boote, ey. Was do you mean? Ja, das ist ein paar sein können, was? Was ist das? Nicht richtig. Be ready, Herr. Es ist Zeit für Bordelink! Stop es! Stop it! Get him away! Don't think, just fight! Faster! Get up, get up, we have to get up. This can't be the end. Wow, is this not for anyone! Alter! What is this creature? How will you ever win this? You've done it in the heart! You've done it in the heart! You've done it in the heart! You're so easy for them! Why can't I not move away? You've done it in the heart! Show them what you are made of! You are faster! You've done it! Oh, shizzle! Ey, ich weiche aus. Jetzt kommt der Heine Schnapp wieder. Jetzt kommt der Heine Schnapp. Sie hat es stark, mein Herz, Sie haben mit ihm geholfen. Sie sind besser als Sie. Wie will Sie ever winnen? Sie hat dich zu kämpfen, um den Dreger zu kämpfen. Wie kann sie? Sie sieht, dass wir stark sind. Sie wissen. Wir können kämpfen. Du kannst nicht vertraut sie. Können wir da hoch? Tatsächlich. Es gibt keine gute Aussicht hier. Oh, wir können das Horn blasen vielleicht. Schade. Viele Schiffe. Wo ist sie? Boah, das sieht ja irre aus hier. Doh.